Aloha und Ecomomai. Herzlich willkommen zum heutigen Fortnite Shop. Da ist er dann auch schon da und dann legen wir gleich mal los. So, da haben wir das Herzchen. Das ist heute neu. Hier mit dem Herzchen als Granatherz, als Backlink. Zündschnüre, während ist die Mots angezündet. Ah, okay. Okay, dann haben wir den Herzschlagschläger. Der ist dann auch neu. Dann haben wir den Candyman zurück. Der war das letzte Mal vor 363 Tagen im Shop. Ganz süß. Der verändert, wenn man den, glaube ich, schlägt oder so was oder wenn der schießt, dann erinnert sich, dann dreht er seinen Kopf um, dann lächelt er irgendwie hinten so ganz witzig. So, dann haben wir den Herzschlag. Auch das letzte Mal vor 363 Tagen im Shop. Dann haben wir die Victoria Sand. Die finde ich persönlich ziemlich gut. Ist auch mein ausgesuchter Skin. Die ist das letzte Mal vor 31 Tagen im Shop gewesen. Genauso wie Flock und Storker. Und dann haben wir den Hasenwolf. Das letzte Mal vor 31 Tagen im Shop. Genauso wie der Lömer. Oder das Neontier. Dann haben wir den Federverteidiger. Mit dem Ei hinten drauf. Das letzte Mal vor 46 Tagen im Shop. Dann haben wir das Federvieh. Das ist das letzte Mal vor 153 Tagen im Shop gewesen. Dann haben wir Kommando. Ein ganz einfacher Skin. Das letzte Mal vor 33 Tagen im Shop. Dann haben wir die Fitnessrunde. Auch vor 34 Tagen das letzte Mal. Dann haben wir Schattentraining. Das letzte Mal vor 49 Tagen. Und die kleinste Geige vor 24 Tagen. So, das waren die neuen und die täglichen. Dann haben wir den Tron noch drin von gestern. Mit dem Lichtrenner. Da könnt ihr gerne das Video von gestern abchecken. Da ist alles drin, was jetzt hier noch so dazu gekommen ist. Mit wilde Herzenpaket hier. Da ist alles mögliche. Und da Tess. Und hier die ganzen Remotes, die es da so gibt. Und hier die Sonderangebote. Und hier. Ich liebe euch ja immer noch mit dem Shifu. Er ist immer noch da. Vielleicht reizt er mich dann irgendwann doch noch so sehr, dass ich sage, Jupp, den nehme ich. Ja. Wie gesagt, alles im Shop von gestern. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Sam. Musik 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 Musik